Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Freak und Ingehalt. Moin. Hier spielen Grenze. Kann sich Strom mitnehmen, woanders hinkt. Ja, toll Freak. Warum machst du denn meinen Jammer kaputt? Das habe ich gar nicht, weil du das zu einer anderen Stromquelle da platziert hast. Ist das so? Ja, geht das? Ja. Du hast ja abgefahren. Mann! Ja, da hat es auch noch genug. Unglaublich. Okay, Sarina. Dich in Richtung? Ha Der liegt Ja genau Hat er ihn Ich wusste es Dem Fenster kriegst du immer einen Da ist einer Ach schade, er hat auf mich gewartet Oben rennt einer rum Ich komme jetzt da die Treppe runter Hier haben wir Blackbeard Was Keine Ahnung, was da gerade los war Ah fix, war der schon links von mir Super dog Ja ich habe ein schwarz Bild Ja als letzter Bin ich im Ladebildschirm Bei mir passiert gerade nichts Da haut sich wohl gleich raus Ja, kriege ich auch stark von aus Jetzt kann ich Ja Ja Halt Enter Ich muss es noch mit Escape zurückkommen können Sehr schön Kleiner Trick Ja Find the biohazard container location Ich habe schwarz Bild Ich bin unterwegs Ja ich auch Guck mal das Server wieder hin Ne Ja so insgesamt Vorerst hatte ich ja schwarz Bild Jetzt da wird Wir sind hier Hallo Recruit 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 5 Sekunden 10 Sekunden Das ganze Bild Das ganze Bild immer so wackeln muss Schade Schade Ah der kommt aus der Türe raus Herrschaftszeit nicht Genau dann kommt der da unten hoch Ich habe gerade einen Teamkill hingelegt und immer noch mehr Punkte als David Ja, danke Schön, dass du das so feststellst Das Ermutigt mich aber Ja, bei dir läuft heute nicht so, ne? Ne, bei mir läuft das überhaupt nicht Ausgerechnet heute hast du dir die Aufnahmesession ausgesucht Ja Ja, echt Aber er hat ja uns Du müsstest vielleicht direkt am Anfang der Runde sterben Dann kannst du ein paar coole Kills aus unserer Sicht Ne, ich will ja für dich Für dein Best of Fails sammeln Achso Ach, was ist denn das? Warum lädt denn der immer so lange? Ja, vorhin hat es sich nicht geschah, dass du noch einen ausfüllen konntest Fried, was würdest du sagen, wenn ich da jetzt in dein Kopf kann vor dem Fack? Gar nichts Könnt ihr Du brauchst die Punkte Der tat weh Och, Castle, Mann Ui, ui Platzierst du da was hin? Oder soll ich? Nein Das wäre tödlich, wenn du hier was platzierst Jetzt hat der mich eiskalt ausgesperrt Der ist Sack Ich habe die Augen auf die Haftels Ich hoffe, es kann funktionieren doch Ich bin vorne Ach komm, steht noch einer am Fenster Warum denn immer zwei bei mir? Und da kommt die Treppe hoch Ha Und noch ein Fucking Blackbeard Ich hasse den Typen Geil, er wollte sich mit in den Tod reißen Ich bin schon wieder erster, er ist doch ärgerlich Ja, das ist echt ärgerlich Aber du hast ihn ja überholt Ja, immerhin Aber bei dem freue ich mich nicht so wie bei dir Ja, mir hat ja keiner irgendwelche Calls eben gegeben Oh ja, die kommen und sowas Ich rannte ja blind Ja, sein Typ hat auch kein Handy dabei Was? Oh, hat er nicht verstanden Ich hatte doch ein Handy Ja, aber keins Ja, siehste Und wenn dich einer angerufen hätte, dann wäre das Ding explodiert Das fändest du auch nicht so geil Wenn du so nicht weggeworfen hättest Fest Fest Frost legt an dieses eine Fenster Neben dem Neben diesem Serverraum Ne Ne Volle hin 10 Sekunden Sind viel zu offensichtlich, die Frostfallen Was? Die muss man mitten in den Raum legen, die Frostfallen Ja, aber unter das Fenster habe ich letztens auch einen geholt Das ist das Fenster, oder? Äh Ne, das direkt neben dem Haupt Oder ist das das? Das direkt neben dem Haupt Ja, das ist Ist es das? Ich bin gerade verwirrt Ah, ist doch Frost Ich will jetzt nicht vor deinem Kannst durchgehen, wenn du willst Ich bin gerade Da kommt noch einer. Vorsicht, rechts kommt einer. Oder hat einen Killhole oder keine Ahnung. Von der Treppe, von der Treppe, von der Treppe kommt einer runter. Habe ich. Wo rühnt er denn rum? Pass auf, links ist der, ne? Links. Jetzt nicht durch. Achtung! Ich... Freak! Was denn? Was, was, was war denn los? Ja, ich... Da, hier. Ich war doch gar nicht mehr da. Ich war doch... Ich war um die Treppe rum hinten, weil... Ja, ich hatte eben... Du wärst noch in der Nähe... So im Gang und hättest noch... Fick drauf gehabt. Wessen HE war das? Ja, die... Auch mich gekillt hat. Ja, Kollateralschäden. Ja, aber punktemäßig hat es dir nichts gebracht. Ja. Ich hab die Runde geholt. Ja, geht's dir mal schön. Aber ich komm nicht mal ins Auswahlfenster. Das lädt bei mir wie sonst was. Bei denen hat auch noch keiner ausgewählt. Einer nicht ausgewählt. Ja, aber ganz ehrlich... Besser als wenn ich einen Freak die Punch-Gege gekriegt hätte. Oh, das sieht schlecht aus für einen Freak. Ich bin die ganze Zeit im Lade-Wildschirm. Fick gut. Der Kraut, ja. Immerhin. Aber du lädst noch. Vielleicht kommst du noch zurück. Im Auswahlbildschirm. Blackbeard wär frei? Nein, ich war gerade im Auswahlbildschirm. Arrg. Locate den Biohazard-Kontainer. Warte auch oben. Mist. Und ich bin abgebogen. Obwohl ich gerade durchs Fenster bin. Das hört sich jetzt so an, als würdest du einmal voll auf deine Tastatur geschlagen. Wer? Du. Ich? Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Glaub ich. Oh, dann warst du vielleicht irgendwie alt. Nö, ich hab auch nichts gemacht. Ich hab fünf Kills. Wo hab ich denn fünf Kills her? Ja, das frag ich mich auch. Boah, ich hab so einen abgefuckten Rekruten, ey. Meinst du, gehen wir da oben durch? Da wird doch bestimmt einer sitzen. Pass auf, da. Mach mal. Hopp. Fenster ist offen. Mit einem Schreibtisch, wa? Nicht möglich. Ah, er hat mich. Verdammt. Der hat nicht mal Schaden von meiner Nate bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Schade. Oh, ho, 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 ho. Hallöchen. Echte Seite hinterm Schreibtisch. Guck da raus. Ah, fuck it, ey. Der ist... Ja. Der hat gut aufgeräumt, auf jeden Fall. Gut aufgeräumt. Der Lapsklausi. Hat aber noch einer gewesen. Ja, und einer ist rausgeräumt. Also der war noch von der anderen Seite gekommen. Herzerreißend. Oh ja. Ja, dabei war ich so gut. Schade. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Rainbow Six. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ich bin raus für heute, Leute. Ja, das wird echt nix, das wird nix mehr. Ich brauche auch eine Pause. Das ist ja, das ist ja wie abgesprochen hier. David, was war deine Begründung? Das wird heute echt nix mehr bei mir? Ja. Also so, ja, eine Pause, eine Pause. Oh, es war anstrengend, so gut zu sein. Und du, ja, ich krieg das heute nicht mehr hin. Ja, ich krieg das heute nicht mehr.